Ciao, ich bin Max Heine-Geldern und das ist meine One-Minute-Homily zum Thema Überleben oder Leben. Die andere Wange hinhalten? Oder sogar meine Feinde zu lieben? Diese Worte Jesus sind eine Zumutung und sollen heilsame Zusage sein? Sie stellen unsere Welt völlig auf den Kopf. Wir folgen eher der Überlebensstrategie Survivor of the fittest. Früh genug mit der Ausbildung beginnen, studieren, 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 möglichst in Mindestzeit, keine Schwäche zeigen. Hingegen die Worte Jesu? Da stehe ich da wie ein Loser, werde ausgenutzt von den anderen, verlacht. Aber Jesus bleibt sich treu, denn seine Botschaft ist, Gott ist die Liebe. Und diese Liebe durchkreuzte sein Leben und durchkreuzt mein Leben. Denn sie will meinen Überlebenskampf hin zu einem menschenwürdigen Leben verwandeln, wo nicht mehr die Verteidigungshaltung dominieren, sondern wo ich mich öffne für die Liebe Gottes und für meinen Nächsten. Wo will Jesus dein Überleben in ein Leben verwandeln? Aber das ist eines Nichts Aning sondern Er bin Vielen Dank.